In a hotel alone, yes, yes, that's what I've been used to, I've been... Oh, wie hat's das Dorf? Charles? So, wir sind ja... Guten Morgen! Wir haben als Charles auf dem Gemeindeparkplatz übernachtet. Wir hatten sogar Strom vor Laternen, gerade an der Strasse. Und jetzt gehen wir auf die andere Seite und fahren zum Fontana Trail. Nochmals schnell auf die Karten schauen und vielleicht finden wir nachher noch irgendwo einen Apfel für das 9. Aber vielleicht müssen wir mal schauen, wo es da hat. Vielleicht finden wir noch etwas. Wir sind jetzt da wieder im roten Punkt. Und jetzt gehen wir dann da über... ...bis zum Ötzi Trail. ... 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